Hallo und herzlich willkommen, ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Es ist Bewegung drin in der Wetterlage, die Hitze geht, aber sie wird schon wiederkommen nach der Wochenmitte. Donnerstag, Freitag deutet sich ein kurzer, aber doch sehr knackiger Hitzevorstoß schwerpunktmäßig im Süden und Osten an. Schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Wir blicken aber zunächst mal noch auf die Karte für den heutigen Montag. Wir sehen Unwettergefahr durch Starkregen, durch Gewitter, besteht insbesondere nochmal so in einem Streifen von der Nordsee rüber bis in den Südosten, bis nach Ostbayern, teilweise auch so bis nach Sachsen. Da kann es nochmal Gewitter mit Starkregen geben. Weiter westlich auch nochmal ein paar Schauer und Gewitter. Die Unwettergefahr geht hier dann aber doch deutlich zurück. Schauen wir dann auf die Aussichten für den Dienstag und den Mittwoch. Wir sehen am Dienstag, da haben wir zunächst mal noch recht wechselhaftes Wetter in Deutschland mit ein paar Schauern und Gewittern, die durchziehen. Unwettergefahr besteht aber kaum noch. Ja, und am Mittwoch, da beruhigt sich die Wetterlage. Die letzten Schauer ziehen sich so in den Südosten und in den Osten und Nordosten zurück. Und dahinter, da setzt sich dann doch weitgehend trockenes Wetter durch, auch wenn nochmal hier und da ein Schauer möglich ist. Ihr seht, die Hitze ist dann weg, aber schon am Mittwoch wird es wieder etwas wärmer werden. Und das setzt sich dann in der zweiten Wochenhälfte zunächst mal fort. Blicken wir auf die Wetterlage. Was tut sich da? Wir sehen dieses kräftige Tief auf dem Atlantik. Ja, fast schon ein herbstliches Sturmtief, was wir dort haben. Und an der Vorderseite dieses Tiefs, da wird dann nochmal aus Südeuropa ein Schwung Heißluft Richtung Deutschland gewählt, der dann insbesondere den Süden und den Osten am Freitag erfassen wird. Das Ganze ist relativ auf Kante genäht. Es gibt noch ein paar Unsicherheiten, denn das Tiefdruckgebiet vom Atlantik wird wahrscheinlich bis zum Wochenende durchschwenken Richtung Skandinavien und damit doch dann die Hitze recht schnell wieder verdrängt werden. Also nur eine kurze Geschichte. Und insbesondere so nach Nordwesten hin und Westen, da wird die Hitze wahrscheinlich dann schon am Freitag gar nicht mehr so ausgeprägt sein. Hier könnte es mit der aufziehenden Kaltfront sogar schon wieder kälter werden. Ja, schauen wir uns das mal an. Wie sieht die Vorhersage aus? Vom ersten Trend natürlich noch mit ein paar Unsicherheiten. Für den Donnerstag und den Freitag, wir sehen, es wird immer wärmer beziehungsweise heißer werden. Am Donnerstag auch schon im Westen und Richtung Nordwesten dann doch schon eine deutliche Erwärmung. Häufig werden wir schon über 30 Grad erreichen. Es ist aber eine Warmfront, die zunächst noch Richtung Nordosten hängt. Das heißt, hier kommt eben dahinter die Heißluft an und dann wird es hier noch unbeständiger sein. Ein paar dickere Wolken, vielleicht sogar etwas Regen und dahinter schiebt sich dann eben die Heißluft nach Deutschland rein. Ja, am Freitag, was sehen wir? Insbesondere im Süden, aber auch so im Osten können wir über 35 Grad erreichen. In der Spitze 37 Grad sind durchaus drin, während eben der äußerste Nordwesten dann schon im Bereich dieser annähernden Kaltfront liegt. Hier werden wahrscheinlich die Wolken auch dicker sein und hier kommt die Hitze dann gar nicht richtig an. Bevor sie überhaupt angekommen ist, ist sie quasi schon wieder weg. Da könnte es schon deutlich kühler bleiben, vor allem so Richtung Nordsee und so Richtung westliches Niedersachsen, aber auch westliches NRW, da wahrscheinlich dann schon wieder eine Abkühlung im Vergleich zum Donnerstag. Wie sieht das aus in den Trends? Wir blicken mal auf Leipzig, sehen diesen Peak dann sozusagen am Freitag mit der kurzen, knackigen Hitze 35, vielleicht in Leipzig durchaus auch 37 drin, aber dann geht es zum Wochenende mit dem aufziehenden Tiefdruckgebiet wahrscheinlich rasch wieder abwärts. Diesen Trend für euren Ort findet ihr auch hier oben in den Infokarten. Wie immer schaut da mal nach, wie es mit der Hitze bei euch aussieht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, noch einen guten Wochenstart. Bis bald und ciao.